Das ist der Streamingplan für die aktuelle Woche vom 22. bis 28. Februar. Jetzt geht es gleich sofort los, direkt wenn ich das Video aufgenommen habe, mit Dota 2. Ihr könnt also direkt umschalten, wenn ihr Lust habt, auf den Livestream. Das Weiteren gibt es am Donnerstag Dota 2 und am Freitag und am Sonntag. Heute Abend gibt es Far Cry Primal. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, da endlich weiter zu spielen. Da gibt es auch ein paar coole neue Sachen, die ich unbedingt ausprobieren möchte. Mittwoch gibt es Hearthstone und Samstag gibt es Hearthstone und Freitag gibt es nochmal XCOM 2. Das will ja auch mal weiterkommen. Da lief es zuletzt ja auch ziemlich gut. Mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr so wahnsinnig weit bis zum Ende, obwohl mir in Twitch auch schon etwas anderes versprochen wurde. Das können wir uns dann gemeinsam angucken. Auf jeden Fall ist die Woche wieder ordentlich prall gefüllt. Ich hoffe, ihr schaut rein, entweder beim Livestream oder wenn ihr dafür keine Zeit habt, eben nachhinein auf YouTube. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit.